Moin, der Bitcoin-Beobachter ist wieder da und es geht weiter aufwärts. Nicht sehr viel und hier auch heute Mittagnachmittag mit einem kurzen Kurs-Einbruch, der sich aber wieder gefangen hat, wie man sieht. Und jetzt haben wir einen Plus von, Moment, 2,6%. Aktuell liegt der Preis bei 45.183 Dollar. Das ist noch wieder ein schönes Stückchen mehr als gestern. Man kann sagen, für den Moment hat sich offensichtlich der Bitcoin vom letzten Kursabfall erholt. Und wir sind wieder deutlich über 40.000 Dollar. Das ist gut, denke ich. In Euro sind das dann auch bald wieder 40.000, 39.627 Euro aktuell. Und ja, auf die Woche ist das dann sogar wieder ein Plus von 20,8%. Und auf den Monat ein Plus von 6,8%. Also alles wieder im grünen Bereich sozusagen. Ja, und sonst gibt es jetzt nicht so allzu viel Neues. In El Salvador will man noch im kommenden Monat Bitcoin-Bonds endlich einführen. Ja, inwieweit sich das positiv dort auf das Land auswirken wird, das bleibt abzuwarten. Und ja, ansonsten habe ich noch einen kleinen Tipp für dich, wenn du schon mal gehört hast, vielleicht von DTube Coins oder von Steam und so. Da gibt es ja so Plattformen, die man nutzen kann und dort Kryptowährungen schürfen kann. Es gibt da jetzt auch einen Messenger, mit dem man so etwas machen kann. Alle 30 Minuten kriegt man da Token, Punk Panda Token, falls du davon schon mal gehört hast. Wenn dich das interessiert, schau dir mal in der Videobeschreibung unten den Link dazu an. Ich nutze das Ding schon und finde es echt interessant und bin nochmal gespannt, wie sich das entwickelt. Und ja, das war es für heute. Einen schönen Abend wünsche ich noch. Ich werde weiter beobachten natürlich die nächste Zeit, wie der Bitcoin sich weiterentwickelt. Auf Wiedersehen, bis zu meinem nächsten Video.